Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds, heute mit Ralle und auch noch zusätzlich aus der Sicht von Ralle. Also viel Spaß bei dieser Folge. Ja, da wollen wir mal wickeln. Oh, da machen welche mit. Was? Wo? Och ne, mach keinen Mist. Rechts von mir? Aber die gehen weiter nach rechts irgendwo. Regeln da. Obwohl? Nö. Problem ist, ich glaube ich hole mir ein Auto, weil das dauert zu lange. Okay. Ich habe auch ein bisschen spät den Fallschirm. Ich wickel mich da jetzt hin. Aber die... Wickeln die echt nach... Ne, die gehen noch weiter rechts. Ja, doch. Sieht zumindest ja noch aus, dass die jetzt nach rechts gehen. Okay, da geht eine Runde. Warte mal, ist hier ein Boot zufällig? Sehe ich natürlich nicht gerade. Na und, da bist du gar nicht. Niemand anders geht zum Boot. Hä? Ach, da ist ein Boot, ja. Der schreibt sich gerade ein Boot, wo will der hinfahren? Ich beobachte den jetzt. Ja, wahrscheinlich in der Primorske. Da hat sich ein Boot genommen, der fährt los. Nein, 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 nein. Du fährst jetzt nicht klein. Oh Gott, der Kreis will ja irgendwo anders. Okay, die gehen da runter. Okay, der geht da runter. Wahrscheinlich hat er ein Auto gefunden. Oh, ich sehe ein UAZ. Den krieg ich aber, boy. Den schnapp ich mir jetzt hier. Alles klar. Oh Gott, wo ist die Zone denn bitte? Am Poppes. Am Poppes, ja. Muss ich dich abholen noch unterwegs? Wenn du ein Boot findest, ja. Ich hab ein Auto. Ich muss ja schwimmen. Ah, da ist aber ein Boot bei dir gerade. Nein, ich muss trotzdem jetzt mal an Land schwimmen. Ja, ich muss trotzdem. Was denn? Macht also voll keinen Unterschied, ob ich dich noch mit dem Auto abhole. Ne, brauchst du nicht. Hast du mich wenigstens das Schöne... Ah, ne, du warst wahrscheinlich am Tauchen, ne? Ne, ich hab gerade mal gesehen, wie das Auto angekommen ist. Okay. Konnte ich sehen. Einen mal gefunden? Ja, M16. Zweimal. Kann ich dir also gleich eine mitgeben. Ach, ich geh jetzt mal drüben mit dem Fee. Ach, das ist gut. Gut, dann. Ich denke aber, dass wir nicht alleine sind hier. Doch, was sollen die sein? Ja, noch vielleicht, aber... Ja, da wird auch keiner mehr hinkommen. Also. Also die zwei, die da gerade noch mitgerückelt sind und so. Ja, weil die Zone jetzt von uns ist. Ja, aber die sind da ja auch... Man sah jetzt nicht so aus, als wenn die, was weiß ich, wohin gehen. Eine Pfanne. Backpack Level 2. Das ist eine 9er-Halle. Okay. Und noch eine M16. Ich hab schon zwei, ey. Leben im Luxus. Level 2-Helm ist ja auch noch. Oh, okay. Also in der hintersten Halle quasi. Von deiner Richtung aus ist dann Level 2-Backpack und Level 2-Helm. Nur für den Fall. Da bei dir? Ja. Okay. Ach, warum guck ich hier zähne rein. Kann man sich hier durchglitschen? Nein? Oh Gott, nicht stecken bleiben. Lassen wir das lieber. Keine Experimente. Lieber weiter schnell ein bisschen booten. Oh, eine Zweierwester. Oh, eine Zweierwester. Nehmen wir mal die AK mit. Okay. Oh, nee. Also waffenmäßig bist du versorgt, oder? Nö. Achso, weil hier noch eine AK liegt und eine M16. Dann komme ich da gleich mal hin. Okay, jetzt sind schon deine Steps, äh. Ja. Im blauen Haus? Also da, weil ich markiert habe, ja hier nebenan. Zweier Weste hattest du, ne? Ja. Was hast du, in den Hallen liegt noch ein zweier Rucksack? Ja. Und ein zweier Helm. Oh, den habe ich. Oh, die liegt auch noch in zweier Rucksack neben dem. So, ähm, wo war das? Ja, ich wusste, ich hätte nur irgendwann gesehen, ja, oben ist die AK und irgendwo habe ich auch die M16 gewechselt. Ich habe nur jetzt die ganze Muni gerade in der Tisch. Nee, nee, kein Problem, die M16 habe ich, ja. Okay, hier in dem roten warst du schon, ne? Wenn die Türen auf sind, ja. Ja, ja. Ähm. Okay, bisschen haben wir noch. Brauchst du noch Red Dot? Und sowas? Einen roten Punkt würde ich nehmen, da würde ich gegen die Hude austauschen. Nee. Kann dir auch einen 8er anbieten? Joaaaaaaaaaah. Vielleicht, vielleicht, wenn du nicht brauchst. Ich habe einen 4er und einen 8er, dann bleibe ich mal im 4er. Komm, Medis Mach einer Oder irgendwie sowas Okay, einen Rotpunkt haben wir schon mal Na, Tür auf Okay Die Emotzone ist schon da Kacke Ja, leider Ich hab wieder keinen Booster Nee, nicht so ein richtiges Booster Du hast kein einzigen Booster? Doch, aber Okay Zwei hab ich Gut, ich hab auch zwei Das ist so die Welt Vor allen Dingen hab ich Ach, ich hab weder Medkits noch Bandagen Ach, der braucht so langsam Nachlagen Okay, du hast nicht mal Bandagen Nee Hält mir grad auch drauf Okay, ich hab noch einen roten Punkt Also brauch ich schon mal keinen mehr Okay Es gibt's doch nicht Es ist doch so lächerlich Ja, dass ich hier keine Noch niemals Bandagen find Hier Ich find 5000 Benzinkarnisse Da sind Bandagen So, jetzt Find ich's total lächerlich Dass ich kein Medkit finde Ich find's total lächerlich Dass ich hier Ähm Ne K Keine K gefunden hab Keine S12K Das ist echt lächerlich Und Booster So ein Sixpack Ja Hat leider nicht Ein zweites Mal funktioniert Äh Ich glaub bei mir sind sie so nicht Doch, da ist noch ein Booster Na toll Wow Team Solo mit hier Das ist doch noch mein Haus Hier ist ja jetzt noch Was drin Komm Äh Ja gut Hier sind zwei Helm drin Die ich schon habe Ist wär sonst nice gewesen Guter Versuch Jungs Wow Leider vorbei Leider vorbei Ach doch Die Ska Ach Ja Dann nehmen wir die Lieber die Ska Anstatt der M16 mit So Das hier ist doch Das hier ist ja jetzt mein Haus Hier Das ist doch Hier Der Fake Ming Li Siehst du Ich wusste das ist mein Haus Da ist schon mal nix Ähm Ich hab keinen Platz mehr Okay Ähm Naja gut Ähm Ich Hier Ich hab hier ein Auto Da renne ich mal eben hin Gut ich komm raus Ach Gott Wir sind so bescheuert Wir haben viel zu lang gelootet Wir sind Wir müssen ja mega weit Und ich hab nur Bandagen gerade Das fehlt ja nix Ich kann dir den Koffer geben Okay Wenn du zu mir gefahren bist Kann ich dir den Koffer geben Weil dann versorge ich mich So lange die Bandagen Äh ich muss mich mal Ähm mit dem paar Bandagen gerade heilen Dann mach ich halt auch Gott geht die noch durch War ein bisschen knapp ey Alter wie viele sind denn schon tot Die Zone macht Ne jetzt shoppen wir nicht mehr Jetzt shoppen wir nicht mehr Ist vorbei Ich kann mir mit Bandagen noch nicht mehr Vernünftig gegenheilen gerade Wenn du zu mir kommst Krass den Koffer Ich kann mich gerade nicht bewegen Weil ich gerade am Bandagen heilen bin Aber du brauchst ja auch Ne ich nehm die Bandagen Mir ist ja egal Ja ich hab auch Bandagen Aber ich hab nur noch eine Ich hab noch eine Kannst dich nicht bewegen Wie soll ich denn da hinfahren Du bist mittendrin ey Ich komm gerade Ich laufe Ich hau ab jetzt Ich lass sie dir alleine Ich hab einen Koffer Ach Gott ja Da steht erste Hilfe drauf Da steht erste Hilfe drauf Boots rein Mit's ja nix Scheiße Das schaffen wir nie im Leben Wir sind viel zu weit weg ey Komm raus Komm raus für die Tür Liegt Ja Und was ist mit dir? Ich nehm Verbände Wir müssen dann so zwischendurch mal ganz kurz Immer anhalten Ich nehm gerade einen Verband Ich nehm gerade einen Verband Ich Drin Vollgas Schaffen wir alles easy Ja Total Wir sind halt Mega weg Wir ziehen fast alle Oh ich hab meinen Beziehen rausgeschmissen Ich seh den nix Halbieder Ne ich auch ne Doch mit dem Baum sehe ich Ja jetzt ist er doch leicht Ja 40 Sekunden geht jetzt die Zone weiter Wir müssen halt quer rüber Und wir kommen dann irgendwie so Milter Oder so irgendwo so an Wenn wir halt denn überhaupt ankommen Ja Wir wechseln Ok schneller Ja und dann höchstwahrscheinlich mehr beziehen Ja Bin drin Ja fahr doch da rum Aber gut dass ich mir beide Booster reingewohren habe Ich auch Auch wenn der eine schon abgelaufen ist Jetzt Eine Booster abgelaufen? Ja da geht ja noch Beide in die Dose Ach Gott Ach Gott Ja Ja Ich darf halt noch nicht ankommen Wo ist die Zone? Wo ist die Zone? Wir sind doch irgendwo vor uns So ein Stückchen Ach das schauen wir Ich ja Oh Stein Oh Gott Ich habe nur den Stein noch an mir vorbeiflitzen sehen Ach komm muss die Scheiße Zone nennen Ich gebe Vollgas Ich weiß Da da schaffst du es schaffst du es Ich habe Steuerung 1 Steuerung 1 Ja Und Schüsse Oh nein Nein Was denn Bist du raus? Nein Ja so gut Aber dass du nicht gestorben bist Nö Wundert mich gerade Ich fahre noch Ja du musst auch mit Vollgas jetzt weiter Ja ich weiß Oh Und hier sind alles Häuser Ich habe Scheiße markiert Sorry aber Ich habe keine Ahnung wo du markiert hast Ich fahre nicht gerade nur Ja Ich habe gerade nicht mal geguckt wo du markiert hast Was hast du markiert? Ja hier Also hinter uns Aha Okay Ähm Ich fahre gerade einfach nur Oh Hallo Hier sind so Blau Ja ich weiß Ja Blau markiert sind so Hier diese kleinen Bunfuck Dinger Ja klar Das sieht gut dann Fahre hin Ist denn eine Zone drin ne? Ja wir sind schon drin ja Ja ist so easy Irgendwie nur ein Auto Ja Nö Geht weg Nö Nö Das sah so geil aus Der ist nicht hochgekommen glaube ich Die haben so einen geilen Halbflip gemacht Irgendwie Oh gut Meine Hütte Oh nein Das ist so eine Scheiße Mir ist das egal Ach ich habe ja gar nichts mehr Ich habe ja nur einen Energy Drink Danke Du hast nicht noch mehr Verbände Nein Ich hatte nur fünf Und die hatte ich mir alle reingehauen Moment Ich kann dir gleich noch Verbände gefällig geben Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Hier Willst du noch einen Achter? Achso Ja gut Krieg ich den Gegner vorhin nochmal sehen Bevor der mich anhustet Willst du oder nicht? Mir ist das egal Du kannst auch behalten Du hast gar nichts Du hast einen Schally Ja hier Nimm das Achter Bitteschön Ne du kannst auch einen Schally haben Ich kann einen Schally haben? Ja da Ich habe zwei gefunden Ja nice Aber die wissen halt auch wo wir sind jetzt Wahrscheinlich Ja süß wir sind ja schon mal 25 sind nur noch da Hast du noch Verbände oder? Ja Oh Moment Du musst doch das Achter noch aufheben bitte Ja hier Da sind die beiden So So jetzt pack ich mir noch einen Booster rein Ja ich habe auch noch einen Laufen Und das war es dann Mehr habe ich nicht Ich habe Ich auch nicht Dann war das letzte was ich gebraucht habe Vier Smoke Grenades und Muni Mehr habe ich dann nicht mehr im Inventar Ich habe noch einen Muni Ja Muni und zwei Smoke Und einen Rotpunkt habe ich noch Ha Rotpunkt Wir sind gerettet Ja gut Sollen wir äh Jetzt müssen wir nur noch gewinnen Ja Easy Ich renne Brauchst du einen Muni? Wait Ne Muni brauche ich eigentlich nicht Wir gehen da vorne jetzt so den Mixen Dings und gucken mal ob da nur du drin ist Das ist so eine Failrunde wie da ist Gibt es nicht So Alles klar Da ist einer Achso ja Ja geht so ne Ne weiß ich nicht Vom Berg glaube ich irgendwo Du schlägst immer was ein Interessant Ich höre es Schall gedämpft Aber ich weiß nicht von wo Hier ist der erste Hilfe Koffer drin Ich habe keine Ahnung Ist ein Geländer neben mir eingeschlagen Versuch gerade zu gucken Aber das jetzt Godfuck Dinger sind First Person Scheiße Achter vom Stein Äh 285 300 Das ist da aber nicht Da ist noch ein anderer Oh toll Das hat mich mit dem Nestle ausgenockt Ich kann die von hier aus nicht sehen Irgendwo Norden oder was Da ist noch ein anderer Ich habe da einen Kollegen Komm dann kannst du mit Kann ich dich mit 2 HP wiederbeleben Und wir haben nichts mehr zum Heilen Ganz oben bitte nicht drin Ja Komme ich da hoch Und nachdem ich mich treffen Ne wahrscheinlich nicht ne Ne die treffen da Geländer Da haben wir auch nur So gut sind die nicht Toll Booster war am Laufen Jetzt ist der rausgelaufen Nein So gut sind die nicht Ich kann dich ja nicht im Liegen wiederbeleben Ne 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 Wo sind die denn genau Bleib da stemmen Bleib da stemmen Mach Hol mir einfach Ich war da drüben gewesen Ja nur du Schaffst als Firepens Wenn du wiederkommst Ja ist egal Ich kann mich heilen Wie Ich habe einen Erste Hilfe Koffer hier gefunden Ich war hier oben nach Erste Hilfe Koffer Sonst war hier nichts Ich weiß nicht wo die da sind Die nehmen unser Motorrad Jo Das war ein Bait Das war ein Bait Ja der rennt da oben Das ist der immer noch nicht Okay das ist immer ein anderer Ey ich habe keine Ahnung wo der ist Komm äh hier aus Kann man hier raus springen? Ne hier kannst du nicht vergittert Aber wir müssten jetzt eh Springen 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 hier raus Und hau ab Okay go Ich mach's Komm Nein ich bleib Bin hängen geblieben Weil du gesprungen bist Du Arsch Kannst du nicht zwei Sekunden warten Du bist voll in mich reingesprungen Du hast gesagt springen Inzwischen Aber wir müssen jetzt eh Springen 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 hier raus Und hau ab Okay go Ich mach's Nein ich bleib'n Als du äh Als du äh Komm wir rennen weiter Durch mich durchgesprungen bist Oh Entschuldigung Ich hab dich nicht gesehen Von mir standst du hinten noch im Raum Das war springen Ja so gut Ne voll geil Ja da Ja und da bin ich losgerannt Wir sind beide gleich Ja du rennst da ja nichts für Sorry Also das war jetzt auch kein Nein 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 das ist kein Problem Wollte ich jetzt auch nicht anmachen Quasi Das war jetzt so geil wieder Kein Problem So Ich spuck mir mal eben ganz kurz ein bisschen Auf die Wunde Dann geht das Ja eben Gott Okay Nordwesten Dann geht auf jeden Fall ab Am Haus Im Haus Scheiße Oh Gott ich bin gar nicht drin Ach da ist schon die neue Zone Das ist nur die neue Ah 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 Durch die konzentrieren sich gleich alle in unsere Richtung Guck ich hin Wir müssen aber noch ein Stück weit Ist Sind die Häuser drin? Ja sind die Oh fuck Au von hinten Von 120 Südosten Gut gesehen Mündungsfeuer Wo denn ich sehe den nicht Am Baum Der wurde gerade getroffen Von woanders Ich glaube der ist tot Von der M420 Okay ich habe den nicht einmal gesehen Fuck Ich renne zu den Häusern Zu der linken oder zu welchen Ah da M420 immer noch Da rennt einer Schieß drauf Du hast einen Tally Das ist ruhig Du hast gesehen Du hast aber noch ein anderer Der hat Hits Ja von mir auch Und ich Das ist nichts mehr Ich renne jetzt gleich rüber Ja Ich renne Renn Renn Nicht treffen Nicht treffen Ist ganz wichtig Der piekt auch nicht mehr Okay jetzt Ich renne Ich renne Haha Wie sind die Türen zu? Ja Da sind auch bestimmt Leute drin Irgendwelche Verbände Kommt So Bin drin Oh Gott Ich mach um die Tür Ich jump rein Und gucken was kommt Guten Tag Der ist nix Hier ist einfach nichts Nehm an den Raum Auch hier auf Und da ist auch nichts Drin Da liegt kein Verband Schade Scheiße Da liegt ein Energy Das ist ein Bait Da liegt ein Energy Den nehme ich mir jetzt Das ist ein Energy Ich kletter zurück Ich bin gleich wieder drin Geh doch da rein Siehst du den noch Eigentlich irgendwo Ist egal Kann sein Dass da gerade aufs Nordwesten Einer gerannt ist Oder war da die Zone Die ich gesehen hab Weiß ich nicht Ich holf mir gerade Energy rein Mach mal hier die Tü zu Scheiße Easy Okay jetzt braucht mir nur noch eine anwusten So wo müssen wir hin Ein bisschen weiter müssen wir Nicht allzu weit Ein bisschen Also neben einem anderen Haus Sieht fast clear aus Da oben rennt einer Wo NW 330 Sehe ich nicht mehr Ganz kurz den Kopf Nur gesehen von dem 330 Achso die Seite Okay Guck ich gerade nicht Ach Gott da ist noch so ein Bunker Alles klar Der hat mich gesehen Und ich hab in das Holz geschnümpelt Na super Die versuchen gerade das Haus raus zu Aimen Achso Macht auch Sinn Wir müssen noch Oh Gott Wir müssen ein Stückchen weiter gleich Wo sind denn Die ganzen Ich versuche gerade alle Bäume mal eben abzuäumen Aber Die wissen auf dem Haus sind Da sitzen auch noch welche im Bunker Ja natürlich Sitzen welche im Bunker siehst du den Ne ich sehe die nicht Aber ich schwöre es dir Ich sehe nichts Kacke Hier können wir nicht aus den Fenstern raus Wir müssen hier irgendwo raus Das ist ein Problem Ich guck gerade Hier können wir raus Theoretisch Ich sehe den da oben am Berg nicht mehr Wir haben 20 Sekunden Ja ich spring hier raus Und ich riskiere es Pass auf Guck da in Richtung Nordwesten Komm Komm Go Renn 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 Sind wir hier drin Weiß ich nicht Lass das Ding bitte drin sein Hier ist noch ein Vierer drin Wir müssen da in die Ecke rein Nein das bringt nichts Wir müssen ein bisschen weiter Ich weiß müssen wir auch Aber ich will jetzt mal eben kurz gucken Ob die jetzt von hinten kommen Weißt du Wir können ja gleich rennen Ich mach die Tür auf Ja Ja komm Das Scherz drauf Okay go Bisschen weiter Ja Zu den Bohren irgendwie Ich versuch's Ich bin gar nicht drin Nein Hier ist nix Hier ist einfach nix Wo ich mich verstecken kann Hier ist nix Wo ich mich verstecken kann Nee Gott Okay Einer So führen wir in den Nordosten Dann Vor dir rennt einer Oh Gott 65 75 Direkt vor dir Link Du bist schon Achso Nee Am Baum 75 Ich Richtig zum Bunker 75 60 Oh Gott Ich schüsse mich Die Schüsse von woanders Vom Berg Vom Berg Vom Berg Kacke Ich bin ausgenockt Verdammt Ich seh den nicht Ne ich krieg weiter jetzt Muss irgendwo Norden sein Norden Ja Ne weil ich Keine Ahnung von Ich seh nix Aber ist egal Ich bin tot Ähm Genau Das war der Den ich noch hatte Wie weit muss ich 20 Sekunden Mhm Ein ganzes Stück Er ist tot Wurde von woanders erschossen Lauf Lauf Du musst 10 Sekunden Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Du hast keine Heilung Die Zone killt dich jetzt Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ja sorry Aber Nee nee Kein Problem Ich weiß Rechts ist einfach keiner Rechts ist einfach niemand Von rechts wird niemand kommen Ich werde mir den Stein nehmen Weil von rechts niemand kommt Der Stein ist natürlich nicht drin Ja vor dir Zwei Leute Nord Äh Rechts Neben An den Bäumen Pass auf Genau da Genau die Richtung Die Bäume da Ne links 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 Äh Ja genau da vor dir Sind sie gerade nach links Den Hügel hochgerannt Alles klar Ich werde mit dem Baum Da vorne rennt einer Ich seh den Genau 30 Pass auf Hau dich hin Hau dich hin Hau dich hin Weil links sind die Zwei noch gewesen Und rechts ist der andere Mehr gibt's nicht mehr Da an den Bäumen waren Zwei Leute Sind aber Weiter den Hügel rauf Voll gedämpft Ja dann lass Lass die den killen Weil die schießen gerade nicht auf dich Die schießen auf den anderen Die haben den Das ist tot Ja Zwei Leute Da oben Ja Gut ausgelockt Pass auf Der andere ist genau daneben gewesen Ja ich seh den Ich seh den Ja schade Ich hab grad den Kopf noch gesehen Ach schade Boah Wann für ne Kackrunde eigentlich Aber zwei Tannen Hast du gut gemacht Ich hab grad den Kopf noch gesehen Ja Ja Hättest nicht pieken dürfen Ja ich hätte solch rennen müssen Von daher Ja er aber auch Ja aber die waren eher Nicht so als ich Also Laut dem Map glaube ich Oder Nö ihr wart ziemlich gleich Ja gut Ich glaube nicht Obwohl weiß ich nicht Kann sein Ist egal Ich hätte ja noch besseres Zeug gehabt Ja Ja sicher Aber hättest du nur Smoke werfen können Und weißt du so Aber scheiß drauf War trotzdem gut Ja war super Ja